Hallo Potsdam, danke, dass ihr hier seid. Geht's euch gut? Ja, geil. Stell uns mal vor, also ich bin der Alvin, hey, ich bin der Daniel, ich bin die Laura und ich bin die Doro. Ja, und zusammen sind wir... Banaru! Das war unsere erste Single, Dooby Dum Dum. Die kannten ja schon einige von uns, das hat mich gefreut. Da seh ich schon eine CD, richtig cool. Also unsere CD, die gibt's da drüben auch im Shop, die gibt's jetzt bei Saturn, überall. Und wir machen auch gleich weiter, ich will nicht lange reden, mit unserer zweiten Single, Space Cowboy.